Heute war ich als Schornsteinfegerin mit Kaminkehrermeister Gerd Diem in seinem Kehrbezirk in Kreuzwertheim unterwegs. Ganz ehrlich, an manchen Stellen war es eine echte Herausforderung für mich. Da jetzt die Kugel rein, jetzt den Besen hinterher und jetzt zieht die Kugel quasi den Besen durch den Schornstein bis nach runter in den Keller und der Besen unterwegs. Jetzt Achtung, wenn da ein bisschen der Staub rauskommt, je nachdem wo es hinkommt, kriegst du es ab. Wie ist die Aussicht, Heike? So, jetzt musst du erstmal ein bisschen den Ruck machen, weil ja quasi dein Besen, der ist jetzt so runtergerutscht nach unten und den musst du erstmal umdrehen. Ja, weil du nur ein Butter weggegessen hast. Achtung, wenn du das 15.000 mal gemacht hast in deinem Leben oder wahrscheinlich noch mehr, der David, dann geht es eigentlich wieder ganz locker lässig. Das sieht dann so einfach aus. Oh ja, ich halte fest. Okay. Ja, also jetzt kommt der Rollbock, da wo die Leine drauf rutscht, jetzt kommt die Leine, wird zusammen gemacht und jetzt kann man das mit der Kette, deswegen haben wir auch den Schutz auf der Schulter mit dem Lederbesatz, auch bei dir, hängt da oben drüber und jetzt hat er die Hände frei und kann da wieder sauber runtergehen. Okay. Und jetzt kommst du. Ach du Scheiße. Wenn du wieder hoch bist, gehst du wieder runter. Boah, das ist aber tief. Warte. So viel. Ich habe hier drin. Wir haben Zeit. Ja, ich hoffe es. Ich wechsle also die Kehreinlage von meinem Kehrgerät, dass ich dann auch den Schornstein richtig reinige. Es bringt ja nichts, wenn mein Besen viel zu klein ist für den vorhandenen Schornstein. Es wäre zum Beispiel hier eine Kunststoffeinlage, die recht weich ist. Dann haben wir dasselbe natürlich auch für die großen Jungs, für die alten Schornsteine nochmal, dass man damit durchkehrt. Und für die modernen Gasanlagen, die wir gerade da oben gesehen haben, für die Gasgeräte, kann man das selber auch nochmal in ganz winzig nochmal, dass man da in diese kleinen Kunststoffrohre reinkommt. Ja. Gerd, du bist seit 29 Jahren Schornsteinfeger, seit vielen Jahren inzwischen auch selbstständig und Schornsteinfeger Meister. Was macht für dich den Reiz dieses Berufs aus? Ja, der Reiz des Berufs, der das für mich jetzt ist, also auch die Verbindung zwischen dem Traditionellen, des Kaminkern, was wir jetzt hier dann gleich machen, aber natürlich auch dem Modernen, die neuen Anlagen, die Beratungen der Kunden hinsichtlich Energieeinsparungen und so weiter. Was kommt da alles in Zukunft? Also das ist doch schon eine ganz interessante Sache geworden, die Mischung zwischen Alt und Neu. Dann ansonsten der täglich wechselnde Kundenkontakt. Welche Voraussetzungen muss man denn mitbringen, wenn man sich jetzt überlegt, das klingt sehr interessant, ich würde diesen Beruf auch gern ergreifen? Ja, also als erstes, man sollte schon kontaktfreudig und auch Menschen gegenüber aufgeschlossen sein. Klar, wir haben den ganzen Tag mit verschiedenen Kunden, von klein, groß, von jung zu alt und so weiter zu tun. Also da sollte man schon offen sein. Ansonsten auch ein gewisses technisches Verständnis mitbringen. für unsere Werkzeuge, sei es die älteren jetzt nicht so, aber dann auch die neue Technik, die wir bei uns im Job dann auch haben. Mein Mitarbeiter hat den ganzen Kehrbezirk, alle Häuser auf einem extra Handy. Wir haben unsere Laptops dabei, die ganzen Messgeräte, die wir mittlerweile brauchen für die verschiedenen Anlagen, egal ob Öl, Gas oder Holz, Pelletheizungen. Und ansonsten, ja, spindelfrei sollte man mal ein bisschen sein. Das sehen wir jetzt dann hier gleich. Das kommt zwar auch alles noch nach und nach mit der Zeit, aber eine gewisse Nichthöhenangst sollte man da schon mitbringen. Also da sind sie damit! Aufschuldigung! Das ist es, dass wir hier tatsächlich in der Zeit mit auf den Klonnen kommen. Die Klonnen! Die Klonnen!